Moin moin und willkommen zurück zu Lego City on the Cover. Heute wieder mit mir, den Immon. Und so sieht das aus. Und ich habe mal ein bisschen geforscht. Rex Fury. Ja. Rex. Rexie Rex. Rexie Rex. Brauchen wir in diesem Verlauf jetzt doch noch. Yeah. Yeah. Okay. Genug der Spinnereien. Nein. Ähm. Leider konnte ich noch nicht die Kommentare lesen, ob man das jetzt ausschalten kann oder nicht. Mit den Stein mal zwei. Ähm. Ich denke mal, das kann man irgendwo machen. Okay. Ich wollte hier gerade sagen. Kann man hier irgendwie Wasser nachfüllen? Wir haben den einen oder anderen hinzugefügt. Frankie. Frankie Honey. Ähm. Zivilist haben wir den Straßenfahrer. Ne. Yo. Ähm. Kann man hier irgendwie nachfüllen? Was? Nö. So. Was steht jetzt überhaupt an? Ich habe keinen Anruf gekriegt. Nein, nein, nein. Wir haben die Story nämlich fertig. Das heißt rein theoretisch Open World. Ähm. Open World heißt aber auch andersrum. 56,6%. Ist einiges. Ist einiges. Ist einiges. Heißt aber noch lange nicht. Wir sind bei den erwarteten mindestens 90. Ich wollte ja mindestens 90% holen. Dementsprechend heißt das jetzt so ein bisschen hier rumtouren und ein bisschen machen, machen und machen. So. Wen das denn ab jetzt nicht mehr so ganz interessiert? Kein Problem. Mal gucken, was so noch so ansteht. Ähm. An anderen Videos. Zum Beispiel. Soll ich mal bespielen. Sochi 2014. Ja. Läuft eigentlich immer Montag, Dienstag und den schönen Donnerstag. Und. Ja. Momentan noch. Mal gucken, wie lange noch. Ähm. Auch am Samstag. So. Warum ich das jetzt ankündige? Nun. Ich hatte ja in einem vorigen Video gesagt. Ne? Mario Zonecton. Bedenk. Ja. Da habe ich mich halt anders entschieden, weil jetzt ja der Playstation 4 rauskommt. Äh. Ich mir jetzt nicht so ganz sicher bin wegen den ganzen Fehlern, ob ich jetzt wirklich der 1 Erstkäufer sein sollte oder nicht. Andersrum. Doch. Eigentlich schon. Müsste ich sein, weil Videos, weil wichtig, weil du sonst hier und durch bist. Ja. Ich weiß. Ich weiß. So. Heute unter anderem die Aufgabe, die ich mir selber gestellt habe, ist so ein bisschen hier durch die Gegend touren und nach und nach die Aufgaben, die alle zu bilden erledigen, die so anstehen. Und hier beispielsweise, siehe beispielsweise, die alten, alten Aufgaben. So. Schweinchen. 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 Genau. gleich aufliegen wo ist das ding schweinchen ich wollte da gehen irgendwie das aufzubrechen hier waren wir noch nicht drinnen man die clouds damals weil eben die bahn leise wahrscheinlich zu gefährlich sind großes problem und jetzt wieder nach hause geschichte schießen werfen und tschüss schweinchen 622 aber noch einige von uns da oben war der teleporter da war schon da haben wir ja diesen nachrichtensprecher her einfach immer alles bomben 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 hier waren wir langgegangen schweinchen mitgenommen genau hier hoch ja die stats kommen eigentlich relativ schnell nach deswegen kam auch groß kam auch die überlegung wieso weshalb warum ich denn so welche probleme haben die steinchen ja da komme ich jetzt nicht ist doch das problem da oben habt ihr gerade gesehen ja auch nicht stadt mal zweite steinchen mal zu aber vielleicht hattet ihr schon eine lösung dafür wenn noch nicht ja muss ich in diesem let's play jetzt haben wir da raus können wie kommen wir denn jetzt am ehesten da hoch ist das mal noch mal mit frankie mit frankie zack frankie blume ja hier oben kann man das sieht stark nach elgen aus erst mal superstein mitnehmen wir gehen jetzt danach erst mal nach und nach in die ganzen alten welten reihen und die ganzen alten aufträge damit wir da auch über die 100 prozent haben als der wort ach so ach so okay ich dachte jetzt alien aber gut kann ja mit leben leiter 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 so da machen wir erst mal extras an die hupen klingeltöne sind alle sheet egal warum wir werden nicht mal angerufen will ich mal sagen von wem das mal zwei satz mal vier das mal sechs konnten wir kaufen aber steinmagnet im endeffekt eigentlich relativ cool aber was wollen wir jetzt noch schub für alles fahrzeuge machen wir mal extra herzen an weil da kommen wir hoch der in diesem let's play jetzt eigentlich relativ große rolle kriegt nicht weil er so cool ist oder so böse war nein nein weil wir ihn brauchen ja ich habe mich halt ein bisschen ja wollte halt wissen wie man diese komischen dinge aufmacht diese orange nennen und ja da stand nütze rex fury dafür dann gucken wir mal das kann ich die rausfindet mit dem dortens gehen ich kann sie einfach nicht finden verfolge deine schritte zurück na gut als ich vom einkaufen kam habe ich sie in den kofferraum getan danach habe ich sie am kleiderständer bei der eingangstür gelassen und dann habe ich sie in den küchenschrank gelegt da seid ihr ja ich habe die kinder gefunden oh man wie oft habe ich dir schon gesagt dass du still halten musst wenn ich dich male willst du nun dass ich ein ein paar träfe von dir mal oder nicht guter junge ja es ist der letzte rock den ich ihr geliehen habe was hat sie diesmal angestellt sie hat ihn ruiniert sie hat ihn aufgeschnitten und blau gewerpelt äh moment mal das sind deine jeans oh man einmal die sieben mit peperoni und pilzen bitte und dazu hätte ich gerne eine flasche cola geht das wieso nicht von mir aus manchmal glaube ich du magst mich nicht mehr mutti oh je gut dann okay hier ist der plan wir gehen zum basketballfeld und benehmen uns so richtig daneben du meinst mit dem ball rennen anstatt zu dribbeln nein sachen kaputt machen und so total so wie die basketball regeln es wird kein basketball gespielt verstehe wir spielen völkerball okay du bist raus aus der gang alle anderen abmarsch gut also ab nach unten würde ich sagen 19 sekunden hören sehr sehr freundlich aber so lange brauchen wir gar nicht los jetzt lassen wir es richtig ja party die haben einfach so die bänke kaputt gemacht das gibt rache mit farmer mccain hoffentlich kriege ich meine alte zelle wieder so und jetzt attacke dingfest 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 so den mussten wir relativ schnell kriegen nämlich jetzt sack und dingfest das war schnell das war schnell sehr schnell 5 und 16 wenn man super stein und damit haben wir die fast die hälfte geschafft fast aber wie kommt man hier rein muss ich überhaupt hier rein glaubt nicht aber die sind hier total panisch ja als ob ich das böse wäre ey komm das kann nicht wahr sein ähm es mag sich bestimmt auch die frage stellen wir sind ja jetzt schon im hohen teil alter wie wird es denn mit teil 100 gibt es special gibt es kein special und wenn es kein special gibt warum nicht ja also ich entscheide ja eigentlich zu kurzfristig sehr kurzfristig wann welcher teil anfängt und wann welcher teil auf wird eigentlich je nachdem wie interessant oder halt eben nicht interessant es ist dementsprechend kann ich ja nicht jetzt voraussagen ob ich jetzt bis teil 100 überhaupt spiele oder nicht und wenn doch das ist teil 100 ist das weiß ich ja nicht das weiß nicht so da unten ist ein da unten ist einiges dann gehen wir auch noch mal hin ja wir machen hier so alles querbeet würde ich sagen querbeet ist gut querbeet ist nicht langweilig da ist ein super stein super super trooper stein super trooper super stein ich weiß gar nicht ob ich es gesagt habe oder fertig erzählt habe ähm mit den super steinen dadurch dass wir jetzt ja mal zwei haben oder zwei von vier äh da wir das jetzt ja mal zwei haben und ich würde es wahrscheinlich in den leveln eigentlich relativ wenig danach gucken ich würde jetzt die palmen fertig machen hier ist ein high alarm high alarm im ozean so ah hier baut sich was zusammen bauen wir gleich zusammen wahrscheinlich eine sandburg es sieht stark einer sandburg ähnlich und es ist keine sandburg drei von vier da haben wir überall so ein bisschen was gemacht und dann doch nicht da haben wir noch was gut ich möchte jetzt kein dynamit mitnehmen nämlich spricht dann einfach hoch und zurück und schnapp und schnipp und schnipp so was haben wir denn hier noch sandbogen sind angesagt noch ein super stein die auch einfach einsammeln können zack 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 und zack und das war das wasser aber das stört ja glaube ich hoffentlich niemanden bis das das wasser ist so so was fehlt denn überhaupt noch also es fehlen zwei palmen eine sandburg das sieht stark nach einer palme aus vier von vier palmen ok wir kriegen dafür eine figur wo aber ist gleich und jetzt erstmal noch die sandbogen hier bauen so steine 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 haben wir hier noch ein super stein echter brauchen noch da glaube ich hätte jeder hätte auch nicht hoch Ohne Probleme. So. Astronaut McCain. Zack, 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 zack. So, hier ist wahrscheinlich noch die letzte Sandburg. Oh, hier sind wir auch noch. Das ist ja nicht die letzte, ne? Okay. Dann hier mit Stinker. Okay, hier ist nicht irgendwie sowas wie, äh, freigeschaltet, Superstein, Supergiganto, Mega-Steino. Hier, den haben wir. Also hier waren wir deswegen. Okay. So, deswegen haben wir das Ding. Das heißt noch lange nicht, dass wir das Problem mit den Sandburgen gelöst haben. Panik bei den Sandburgen. Hier ist auch kein Geheimnis. Geht mir leicht. Auch nicht. Die Palme ist auch nicht dafür schuld, ne? Geht's auch nicht. Geht's mal wieder hier. Ne, er bringt mir leider nicht viel. Irgendwo muss ja noch Standort sein, dass wir zusammenbauen können, müssen, sollten, könnten, dürften, müssten, sollten, sollten, könnten, müssten, sollten, tun, müssten, könnten. So, eine Sandburg ist da. Hier ist der Grill. Und damit, äh, Delgardo. Löschen können. Nichts gelöscht. 7 von 17. Und damit haben wir genau die Hälfte. Uh, wir haben die Hälfte. Das Spiel ist zu 50% abgeschlossen. Eigentlich. Aber das Spiel hat es anders gesehen und hat uns jetzt schon ein bisschen mehr Prozente gegeben. Ne, das ist nichts. Nichts, nichts, nichts. Wieder nichts. Warum ist denn die letzte Sandburg? Oder will er uns die letzte Sandburg erst zeigen, wenn wir das Ding eingesammelt haben? Ich glaube nicht. Warum sollten wir das tun? Naja, was soll's? Machen wir. Das ist alles ein. Freigeschaltet. Mechaniker. So, wo ist jetzt der letzte? Hier ist doch nichts. Jetzt muss ja eine noch übrig sein. Das Ding da unten. Nee. Das ist auch nicht. Hm. Das Strandgut da unten ist auch nichts wert. Für den denke ich das auch mal nicht. Ist richtig. So. Es könnte sein, dass da drinnen die Stranddingste da jetzt zu burt ist. Aber ja, unwahrscheinlich ist es auch nicht. So, tak, 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 tak. Gut, daneben nicht. Äh. So, was haben wir hier drinnen? Hier haben wir Farben drinnen gehabt. ich wollte mal ist damit dynamit 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 hier ist nichts nichts von bedeutung ja alles gut stecker stecker und dynamit dynamit kann man hier mal gut gebrauchen so was ist das ich glaube hier war gold drin ja hier war gold nehmen wir trotzdem mit ist besser als nieder wenn wir gold nicht wirklich brauchen aber rot rot tauscher rot kriegen gold abgeben vielleicht ist hier doch irgendwas aufgabe oder so eine challenge nein nicht der hei nicht der hei nicht der hei nicht der hei auch challenge 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 machen wir gleich dass mein jährigen kai runter ist das der hei der so komisch macht oder habt ihr es ich habe das auch gehört so hat die müssen rot färben wird werden wir auch mal rot sehr schön eins von fünf oje fünf stück sind hier okay ein habe ich einheitlich gesehen die anderen müssten hier auch immer wieder sein malen wir die als erstes an und dann machen wir die volks challenge wohl mir fehlt ja immer noch eine sandburgen rex rex suchen wir jetzt sandburgen und das ist aber auch eine tolle auflage ne schöne bewährungs auflage suche mal sandburgen ein bisschen sandburgen bewährungs auflage ihr könnt euch alle machen da hinten ist eine ja ist klar 2 von 5 so irgendwo muss doch da auch noch da hinten ist noch eine die erreichen sehr schön müssen uns darauf hingucken 3 von 5 irgendwo muss doch der der letzte sein ja davor hat man nämlich auch gedacht zu von wegen ach komm das ziehst du da nicht durch findest das doch alles nicht ja es kann gut sein dass ich nicht alles finde ich habe ja auch nicht gesagt 100% so 4 von 5 spiel zittert mal wieder weil spielt angst hat aber das spiel darf keine angst haben so und 5 von 5 die haben wir vielleicht brauchen wir das dynamit doch um da die letzte sandburg zu erstellen so da ist irgendwas so dann machen wir das letzte ding noch mit stinker fletscher stinker stinker und sandburg schade nichts sandburg nix sandburg das ist da oben ist man auch vorstellen dass da oben die sandburg ist äh dann gehen wir mal nach oben ja suche die sandburg im rechten bild aber das kennt man das kennt man oder es kennt man selber auch man sucht und sucht und eigentlich ist es genau vor einem man fragt sich an abschluss warum hast du es nicht gesehen warum wahrscheinlich fällt mir das ein wenn ich dann wieder karte später die ganze hier alles schön kathie kat kat schnippel schnapp schnapp schniedi schnupp schnupp und so weiter dann fühle ich das so ein problem und denke mir was warum hast du es denn hier vielleicht irgendwas wichtiges weiß es nicht auch nicht gleich fahr ich mit dem boot mit dem boot mit dem boot mit dem boot 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 hier ist aber auch nichts ne hier ist es ist leider nicht gut dann muss ich es werden müssen wir es mal später noch mal suchen hier noch mal sind oder wir lassen diese aufgabe heute auf 90 prozent ähm so dann auf zum boot auf zum rennen sonst mir hier nicht weg schwimmt das rennen aber ich denke noch nicht so mit wem wir machen das mit frankie frankie honey frankie honey 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 okay side love let's go